also unser vater war also dem ist jetzt müssen wir wieder schön durchfahren und uns am besten den vernünftigen weg auch merken um nicht hier wieder runterzufallen aber dieser weger muss ein profi sein weil der ist ja auch hier ohne probleme durchgekommen der hat es einfach drauf gar kein ding ich hoffe es ist nicht mehr so lange wir haben es schon geschafft das war einfacher als die erste aktiviere das schutzsystem des planeten bevor es zu spät ist die ecu kugel hat hier die umwandlung begonnen es dauert eine weile bis die waffel gebaden ist du hast dich würdig erwiesen krieger du bekommst die gabe der evolution du darfst einer von uns wehren einer von uns bei seite ich bin derjenige der prekörser wird das ist mein recht sei vorsichtig mit deinen wünschen es ist geschehen keine angst jack es ist besser wenn ich diese rolle übernehme es kann bereits zu spät sein erweckt erhol die fracht des dunklen schiffes ist alles verloren höh zuglühwürmchen wir haben die drecksarbeit erledigt als du schön gepennt hast also klappe zwecklos ich wusste wir brauchen einen ersatzhelden hätten plan b nehmen sollen aufhören deine leistung hat uns sehr enttäuscht ein wahrer held hätte er längst aufgehalten mhm oh mein Gott ja tja ähm jetzt sind wir noch wütender und äh befehlen dir deine Augen abzuwenden oder wir werden ach vergiss es sie sehen aus wie ich hast du wohl nicht erwartet ja so reagieren fast alle guck nicht so enttäuscht wer hätte uns als haufen zotteliger ratten verehrt hätten wir so das universum beherrschen können unmöglich kumpel also haben wir ein bisschen übertrieben und wir bekommen den respekt den wir verdienen wir sind die mächtigsten wesen im universum ach ja wieso sieht dexter aus wie ja ja alles echo enthält unsere essenz unseren code sozusagen als dexter das dunkle echo berührte war das im grunde ein segen und kein blut juhu ich bin ein precursor ich bin ein precursor ich bin ein precursor hey moment mal die tragen Hosen das sind die mächtigen precursor und ich wollte so werden nein ein bisschen eingelaufen nicht wahr du kannst nur verhindern dass er die fracht des schiffes erweckt indem du ihn persönlich aufhält wir schicken dich von hier aus dorthin aber die waffe ruhig junge du hast genug zeit dorthin zu gehen und wieder her zu kommen lange bevor hoffentlich bevor dann los okay dann ballern wir hier mal ein bisschen rum wie immer ich glaube ich muss erst wieder alle töten um weiter zu kommen oder ja und wir müssen uns natürlich beeilen selbstverständlich okay ja sehr erfolgreich gewesen so erledigen wir erstmal die nerven sägen hier sag mal wie viel pech kann man denn haben so das ist aber das letzte mal jetzt reicht es sag mal was ist denn das wollt ihr mich verarschen oder so zeigt doch nicht jedes mal dass die türe aufgeht warum muss ich da echt mit dem bohr drüber ich glaube nicht ich habe gleich irgendjemanden was macht die scheiß tür jetzt auf hier was macht die scheiß tür jetzt auf hier nicht zu langsam aber ich muss schießen um nicht drauf zu gehen ich habe gleich keine munition mehr weil ich die ganze zeit hier munition verschwende so scheiß auf den gegner jetzt was zum teufel was ist das wie soll ich das wie soll ich das ändern wollte mich verarschen oder so ich fahr da jetzt mit dem skateboard rüber könnte mich mal ok bringt auch nichts diese mission ist echt scheiße und diese tür öffnung na gut regen wir uns nicht auf versuchen das jetzt echt mal zu schaffen ich muss halt schneller sein ist das problem aber ich krieg's nicht hin ich krieg's einfach nicht hin ich habe langsam das gefühl ich muss da wirklich mit dem board vernünftig rüber was ich niemals schaffen werde ok ich darf nur einen sprung verbrauchen aber schaffe ich nicht oder kommt schon nein ich habe gleich für ich die schnauze ganz voll hier von diesem kack spiel wirklich schießt die kack dinger doch jetzt mal ab meine fresse so ich muss gleich springen und so ihr ficker fickt euch dreckigen hohen söhne wer weiß dass ich noch hier alles machen soll so 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 oder so 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 wir so Boh so to wenn Yasivo ich sehe jetzt schon kommen dass ich jetzt gleich wieder runter fliege ich doch gut das hilft bei denen auch alles klar gott sei dank ja ok eine minute ich weiß nicht was wir haben es geschafft gott sei dank meine fresse war das ein akt und wenn wir beide draufgehen Oh Was jetzt Jetzt bis wir hier auch noch fliegen Obwohl wir eigentlich auch fliegen könnten Aber naja egal Ich bin aber nicht so genau Ich kann sagen Können wir nicht besser fahren eigentlich Ein bisschen Skateboard fahren Yeah 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 Easy peasy Erstmal durch Star geht durch Ja Ja Das sieht nicht so gut aus Freunde Okay Nächster Endgegner hier Gut Erstmal da hinfahren in aller Ruhe Da man sich noch überlegen kann Will ich das wirklich tun So So Wir haben jetzt diese 14 Dinger Ich denke mal Genau Das Sind die Füße Gut dass die wenigstens angezeigt werden Wo die gerade sind Nur die zu treffen ist natürlich Auch so eine Sache Ich habe den sogar noch getroffen Gut wir müssen den jetzt noch kriegen Jawohl Super boost power Komm 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 Danke Jetzt fehlt nur noch der Moment da war noch einer dran Ist aber zu schnell Komm ich irgendwie nicht dran Da haben wir Ach komm Auf mit so einem Quatsch Jetzt hier Was was wir die beiden noch von vorne bekommen Gucken ob wir das überhaupt noch hinkriegen Ja Natürlich nicht Ach ich hasse dieses Fahrzeug auch Was zum Teufel war das jetzt Jetzt geht mal gas So wie das sonst nie Irgendwas hier So ab nach vorne So Einmal drehen Komm 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 Alter ist wir auch kaputt oder was Hat er mich jetzt genau getroffen oder wie ist das Ist das lustig das macht so Spaß Ha 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 Zwischenspeichern das wäre hier ganz schön Wenn man dann einfach naden könnte Ich weiß es nicht ob das geht überhaupt Ist das lustig? Ich weiß es nicht ob das aussi Ich würde mich noch19 Der läuft in eine ganz andere Richtung, wie ich jetzt dachte. Aber das mit dem Auto und so, das ist echt eine Kackmission jetzt gerade, weil du überhaupt nicht koordiniert schießen kannst hier vernünftig. Und dann wirst du auch noch so durch so Kack-Glückstreffer hier getroffen, das ist erbärmlich ist das einfach nur. Was ist das? Alter. Du musst natürlich erst die von vorne treffen, weil sonst bringt das alles nichts. Dieses Auto, ich hasse es einfach nur wirklich. Okay, kriegen kriegen wir auch nicht. Da sind noch zwei, die natürlich auch von vorne abzuschießen sind, weil von hinten wäre ja nicht einfach genug. Da hast du auch noch einer dran. Ey, leg mich doch an die Füße, würde ich. Na gut, den haben wir wenigstens. Das muss ich nur gucken, wie ich da jetzt drankomme. Auch kaum sei kein Frosch, hätte ich ja nicht kriegen müssen. So, einen noch. Das werde ich ja wohl hinkriegen. Außer ich werde aus irgendwelchen komischen Gründen wieder getroffen hier. Ich bin auch gleich wieder down. Oh, fall doch nicht jetzt um hier. So, jetzt habe ich dich, du Arschloch. Wo ist er denn? Hä? Ja, witzig. Wie soll ich da denn jetzt drankommen? Ich fange da mal vorne an. Ich bin eh zu down gewesen.